ein wunderschönen eiskalten guten morgen wünsche ich euch freunde hallo ja freunde heute ist ein maisfeld dran wurde erst letztens abgeerntet bauer meinte er hat kein problem damit wenn ich draufgehe nur soll ich den ganzen müll mitnehmen ist ehrensache machen wir natürlich leute lasst uns gleich anfangen es ist eiskalt bis zum ersten fund ein knopf gut der erste fund des tages ein knopf ok gut kann weitergehen ok was haben wir hier eine musketenkugel auch nicht schlecht ok ein stück gabellöffel was auch immer ok weiter geht's da ist das ding jetzt kommen her meine schöne ich freue mich jedes mal so wahnsinnig über münzen die hatte ich letztes mal schon fünf reichspfennig aber die sieht mir besser deutlich besseren zustand als die letzte wunderbar sehr schön die erste münze des tages habe ich und glaube ich und verfehle sie fest ja wohl münze nummer zwei was haben wir denn hier ich kann es nicht kann es nicht genau kennen mit zwei und zu hause sauber machen 19 25 meine zweite münze jawohl da liegt sie freunde münze nummer drei jawohl ja cool dieselbe wie vorhin 18 75 total ist der zustand aber besser mache ich schon sauber natürlich kommt ein foto ja schön sehr sehr schön cool richtig ja geil wer macht's knopf ja cool läuft heute richtig cool sogar noch mit öse jawohl jetzt machen wir dich mal sauber mein freund ein bisschen abschrubben hilft h schulz glaube ich kann ich hier lesen okay auch nicht schlecht jetzt haben wir hier wieder was schönes guck mal irgendwas von bauern jung aus dem traktor irgendwie so eine lustige form robocop hat was verloren so wieder ist es draußen jetzt bin ich gespannt jetzt kommt ja wahnsinn leute läuft ach was bist denn du für eine da ist eine 1 drauf gut das wissen wir jetzt schon mal 18 87 läuft 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 wunderbar es kann weitergehen leute es kann weitergehen wunderbar geht gleich weiter was ist das noch mal so ein ding das noch mal noch mal wieder 50 noch mal wieder 50 also ich glaube das ist ein gewicht kann ja nichts anderes sein ok super ich bin so glücklich da ist wahnsinn hey was hier münzen unterwegs sind ja 55 pfennig top was hier münzen unterwegs sind wahnsinn das gibt es auch gar nicht richtig cool noch mal eine wunderbar wunderbar geht gut los also geht gut los also das war doch mal so ein heiligen anhänger bestimmt oder liegt hier auch schon etwas länger sehr schön ja wahnsinn wahnsinn wow es ist noch drin regenwurm jawohl nein das ist ein knopf es ist ein knopf ein kleiner sehr schöner knopf wunderbar ja so kann es weitergehen jetzt habe ich gerade den sparten reingehauen heb einmal kurz an und da ist sie da ist das ding richtig richtig geiler tag heute leute ich sage es ein richtig geiler tag komm her ein richtig geiler tag wunderschön bist du ja ein bisschen machen wir noch ne so also langsam ist echt krass leute ich weiß ich bin hier auf einem acker aber ist es möglich dass hier mal eine bank stand das ist ja wahnsinn eine münze nach der anderen wow das ist das glaubt doch kein mensch ich weiß gar nicht wieviel ich bis jetzt hab 10 12 keine ahnung wahnsinn so meine lieben freunde ja der tag ist vorbei ziemlich spät geworden der acker hat einiges hergegeben mega dieser acker echt mega wahnsinn an der stelle möchte ich nochmal danke sagen an den lieben bauern der wohnt gleich hier hinten da wohnt da ungefähr da circa da wohnt da wohnt da wohnt da wo vielen lieben dank und wenn ich ganz viel glück habe darf ich nächste woche diesen acker hier bis dahin kommentieren liken abonnieren ihr wisst bescheid euer sondler von ost bye bye ciao ciao go